Hallo zusammen! Eigenlayer ist ein relativ neues Projekt und es hat gute Chancen, einen ganz neuen Bullenmarkt auszulösen, weil es eines der größten Probleme mit Krypto überhaupt lösen soll. Und es geht dabei unter anderem um die Frage, wie man Informationen von außen auf die Blockchain bekommt. Und das könnte eine Vielzahl neuer Anwendungen hervorbringen. Aber das Thema ist kompliziert und die allermeisten Details zu Eigenlayer liegen zur Zeit tatsächlich noch im Ungewissen. Und gleichzeitig zeichnet sich ab, dass Eigenlayer einen der größten Airdrops aller Zeiten durchführen könnte. Und in diesem Video hier geht es darum, wie man sich für diesen Airdrop qualifiziert. Und wichtig dabei ist aber, dass nach aktuellem Stand die Informationen über den Airdrop noch sehr, sehr dünn sind und dass vieles wirklich absolut reine Spekulation ist. Allerdings deutet sich an, dass es gut ist, wenn man sich möglichst früh qualifiziert, weil, was man weiß, das ist, dass es auch darauf ankommt, wie lang man jetzt schon bei dem Projekt dabei ist. Also erstmal vorab ein paar Infos, was man wirklich schon weiß und was nicht. Und dieses Video hier mache ich gerade im Januar 2024. Es kann also sein, dass nach und nach mehr Infos rauskommen. Und ich halte euch natürlich hier auf diesem Kanal auch auf dem Laufenden. Also es ist bekannt, dass man bei Eigenlayer Punkte sammelt, wenn man bei Eigenlayer am Restaking-Programm teilnimmt. Diese Punkte, die nennt man Restaking-Points oder auch Eigenlayer-Points. Und außerdem ist bekannt, dass man mehr Punkte ansammelt, wenn man eine größere Menge von Ether bei Eigenlayer staked. Und das dann quasi multipliziert mit der Anzahl der Tage. Das heißt, je mehr Ether man staked und je länger man das tut, desto mehr Punkte bekommt man. Es lohnt sich also früh damit anzufangen. Dabei ist es aber wichtig, sich genau zu überlegen, wie viel man staked und dazu kommen wir dann auch gleich noch. Das alles weiß man, weil es bei Eigenlayer selber in der Dokumentation drin steht und weil das System auch schon live ist. Und weil man da auch schon nachsehen kann, wie sich Punkte ansammeln. Was man aber definitiv nicht weiß, das ist, ob es überhaupt einen Airdrop geben wird. Es ist nichts offiziell angekündigt und es kann sein, dass es gar keinen Airdrop geben wird. Im System von Eigenlayer ist aber enthalten, dass es verschiedene Partnerschaften geben wird. Und da wären vor allem die sogenannten Actively Validated Services zu nennen. Das können alle möglichen Projekte sein, die dann später auf Eigenlayer aufbauen, wie zum Beispiel andere Blockchains, Bridges oder auch Oracles. Und es ist ziemlich gut möglich, dass die alle eigene Airdrops machen. Und wie viel man da bekommt, das wird dann wahrscheinlich auch von den Eigenlayer-Punkten abhängen, die man bisher angesammelt hat. Zudem gibt es auch sogenannte Liquid Restaking Provider. Das sind Dienste ähnlich wie Lido, über die man bei Eigenlayer staken kann. Und auch die machen sehr, sehr wahrscheinlich nochmal eigene Airdrops. Und da kann es sein, dass die Eigenlayer-Punkte ebenfalls eine Rolle spielen. Was man aber noch nicht weiß, das ist, ob es überhaupt einen eigenen Token von Eigenlayer geben wird. Und man weiß auch nicht, wozu der dann, wenn es ihn denn überhaupt geben wird, überhaupt gebraucht wird. Also selbst wenn man jetzt einen Token bekommen würde, weiß man aktuell nicht, woher der seinen Wert bekäme und was man damit eigentlich machen kann. Und da ist die Frage, fließt überhaupt etwas von den Erträgen von Eigenlayer in den Token ein? Und das ist alles komplett unklar. Das heißt, Stand heute nimmt man an einem neuen Projekt teil, weiß eigentlich nicht wirklich, was am Ende dabei rauskommen wird und ob sich das Ganze lohnt. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die behaupten, dass der Eigenlayer-Airdrop einen Gesamtwert von anderthalb Milliarden Dollar haben könnte. Und das wäre dann tatsächlich ein ziemlicher Rekord. Also und wenn man also jetzt hier mitmachen will, dann gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge Risiken, weil man erstmal nur mit Ether teilnehmen kann und aktuell auch nur mit bereits gestakten Ether. Das heißt, man muss zunächst am Liquid Staking teilnehmen, wie zum Beispiel bei Lido oder Rocketpool. Und damit sind ja schon allein ein paar Risiken verbunden. Und dann muss man diese gestakten Ether wieder erneut staken bei Eigenlayer selber. Und da gibt es auf der einen Seite dann eben auch ein Smart Contract Risiko, das damit verbunden ist, dass man das tut. Also dass zum Beispiel Eigenlayer gehackt wird, das könnte sein. Und tatsächlich hat man dann auch noch ein Slashing Risiko. Das ist also auch ein eigenständiges Risiko. Das ist nicht identisch mit dem Slashing Risiko bei Lido oder bei Rocketpool. Und wenn man dann das Restaking nicht selber macht, sondern über einen Anbieter, wie zum Beispiel über Etherfire oder so, dann ergeben sich daraus nochmal Risiken, die obendrauf kommen. Und zusätzlich kann man dann noch diese Einlage wiederum bei Curve oder bei Pendel staken. Und das lohnt sich total, weil man dann doppelte Punkte bekommt. Aber auch daraus resultiert dann nochmal ein erneutes Risiko. Aber kurzum gesagt, etwas Schlimmeres, als dass man jetzt seine gesamte Einlage verliert kann, auch wieder nicht passieren. Und was sollte man daraus dann lernen, wenn man das Ganze hier machen möchte? Ja, dass man tatsächlich einfach nur so viel reintut, wie man auch verschmerzen kann. Man kann also nur das verlieren, was man auch reintut. Und das ist dann tatsächlich die Obergrenze. Es kann zum Beispiel nicht passieren, dass das eigene Wallet gehackt wird und noch mehr verloren geht. Auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich dann einiges an Potenzial. Und zwar macht man seine Einlage in Ether und die werden beim sogenannten Restaking zunächst mal ganz normal ins Ethereum-Staking gesteckt. Also bekommt man schon mal eine ganz normale Staking-Rendite, die aber leider so ein bisschen reduziert ist. Und die liegt aktuell bei circa 3%, weil die Restaking-Anbieter auch ein bisschen was davon behalten oder einfach nicht so effizient arbeiten wie die alteingesessenen Staking-Provider. Zusätzlich werden die bereits gestakten Ether dann bei Eigenlayer erneut gestakt. Und daher kommt dann eben auch der Name Restaking. Und da wird zukünftig auch eine zusätzliche Staking-Rendite entstehen, die auch dann davon abhängen wird, wie viele Projekte demnächst auf Eigenlayer als Infrastruktur aufsetzen. Und diese Projekte, die heißen auch AVS oder AVS oder auch Actively Validated Services. Und aktuell gibt es noch kein einziges solches Projekt und die Rendite ist da also zurzeit erstmal null. Aber gewiss ist, dass es diese Rendite irgendwann geben wird und wiederum unbekannt ist, ab wann das passiert und wie hoch die sein wird, diese Rendite. Das kann also 30% sein, kann aber auch 0,03% oder 0,3% sein. Klar ist nur, dass mit jedem Projekt, das auf Eigenlayer aufsetzt, mehr Rendite dazukommt, weil jedes einzelne Projekt Rendite für die Restaker, also für uns, generieren könnte. Also das ist jedenfalls sehr, sehr wahrscheinlich, aber trotzdem auch nicht 100% sicher. Und zudem gibt es mögliche Airdrops, wobei der Airdrop von Ether.Fi, das wir hier also verwenden werden, sehr, sehr sicher ist, aber wie gesagt, Eigenlayer, das ist sehr wahrscheinlich, aber unklar. Und dass die ganzen AVS-Airdrops machen für Leute, die bei Eigenlayer mitmachen, das ist zwar super wahrscheinlich, aber eben auch noch nicht sicher. Und zudem glaube ich, dass die Höhe von deren Airdrops unter anderem auch von den Eigenlayer-Punkten abhängen wird, die man heute schon ansammelt. Das ist also gut, jetzt schon anzufangen. Es kann sogar sein, dass der Eigenlayer-Token selber gar keinen eigenen Wert haben wird, sondern dass der Wert daherkommt, dass man sich dadurch erst für Airdrops der anderen Projekte qualifiziert, die dann Eigenlayer eben einsetzen werden. Okay, also überlegt es euch gut, wie ihr so damit umgeht. Und das Risiko besteht auf jeden Fall, dass alles, was ihr da reinsteckt, weg ist oder auch gut möglich, dass fast gar nichts rauskommt bei der ganzen Sache. Und deshalb ist es wichtig, dass man seine Einlage so effizient wie möglich macht, weil dann muss man tatsächlich einfach weniger riskieren, um mehr rauszuholen. Und da zeige ich euch jetzt zwei Varianten, die tatsächlich nicht sehr effizient sind, aber wirklich am einfachsten zu verstehen. Und die werden sehr, sehr wahrscheinlich auch die allermeisten Leute machen. Und dann habe ich hier noch eine absolut degenerierte Variante für die absoluten Hardcore-Defile-Profis. Und die wird sicherlich die allermeisten Leute total abschrecken. Aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach die beste Variante, wenn man sich einfach mal klar macht, dass man sowieso, egal wie man es macht, seine ganze Einlage eh verlieren kann. Also Variante eins. Man kann jetzt einfach mal ausprobieren, bei Eigenlayer selber zu staken. Und es kann sein, dass das zurzeit einfach nicht klappt. Eigenlayer hat zurzeit das Restaking pausiert, damit das Projekt am Anfang nicht zu groß wird. Also jetzt, wo die Technik noch ganz neu ist. Ab und zu mal geben sie das dann wieder frei für ein paar Tage. Und jetzt gerade, wo ich das Video mache, ist das nächste Zeitfenster vom 29. Januar 2024 bis zum 2. Februar 2024. Wenn man also Glück hat, kann man da nochmal reinrutschen. Und man sollte dem Twitter-Account von Eigenlayer folgen, wenn man jetzt schon mal über Zeiten informiert werden möchte, die danach dann kommen. Man kann hier alle möglichen gestakten Ether einlegen. Die muss man sich dann eben vorher besorgen, was aber eigentlich kein Problem sein sollte. Die kann man zum Beispiel bei LamaSwap kaufen oder auch bei Curve oder bei Uniswap. Und dann kann man die gekauften, gestakten Ether hier einlegen. Der Vorteil ist hier, dass das Risiko tatsächlich am kleinsten ist von allen Varianten. Aber leider verpasst man dann auch ein paar Gelegenheiten, noch mehr Airdrops zu bekommen. Und daher wäre jetzt die nächste Variante, das Staking erstmal gar nicht selber zu übernehmen, sondern dass man das über einen Anbieter macht. Und das kann man hier sehr, sehr schön bei Ether.Fi. Und das ist wirklich ganz einfach und irgendwie echt auch selbsterklärend. Das muss sich, glaube ich, hier gar nicht zeigen. Und bevor ihr das jetzt macht, verwendet ihr am besten meinen Referral-Link. Dann bekommt ihr schon mal für jeden 0,1 Ether, die ihr einlegt, 100 Punkte für den EtherFi-Airdrop geschenkt. Und das solltet ihr, finde ich, jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Und ich wüsste eigentlich nicht, was wirklich dagegen spricht. Das sind einfach nur geschenkte Punkte. Also verwendet den Link aus der Videobeschreibung, bevor ihr da irgendetwas einlegt. Und man nimmt jetzt einfach seine Ether, legt ihr ein und bekommt dann einen E-Eth-Token zurück, der die eigene Einlage repräsentiert. Und achtet natürlich darauf, dass ihr nicht alle Ether aus eurem Wallet einlegt. Also hier am besten nicht auf Max klicken, weil sonst habt ihr einfach kein Gas mehr im Wallet und dann seid ihr hier mit eurem Wallet erstmal lahmgelegt. Man bekommt hier zum einen also diese begehrten Eigenlehrpunkte und zusätzlich auch noch Punkte für einen möglichen und sehr wahrscheinlichen EtherFi-Airdrop. Und das alles steigt dann eben mit der Zeit an, solange ihr hier eben in der Einlage drin seid. Und ihr könnt das hier nachsehen unter Portfolio. Zudem steigt die Anzahl der E-Eth in eurem Wallet automatisch mit der Rendite von aktuell circa 3%. Und das ist zwar gut auf der einen Seite, aber auch schlecht für die Steuer, weil ihr dann dauernd irgendwelche Zuflüsse habt, die ihr alle einzeln buchen müsst und versteuern müsst. Und weil das mit der Zeit echt nervt, kann man auch mal überlegen, ob man seine E-Eth hier wrappt in einen Token, der also keine regelmäßigen Zuflüsse in eurem Wallet erzeugt und stattdessen langsam aber sicher im Wert gegenüber dem E-Eth steigt, sodass ihr die 3% Rendite auch bekommt, weil die Rendite in dem Token enthalten ist. Und steuerlich ist das auf jeden Fall die viel, viel bessere Variante. Wenn man jetzt hier wieder raus will, dann kann es sein, dass das hier bis zu 4 Wochen Wartezeit bedeutet. Das kann man tatsächlich aber schön umgehen, indem man den E-Eth einfach verkauft, statt hier anzustaken. Und das kann man wirklich sehr simpel bei Curve oder bei LamaSwap oder wie man jetzt so ein Token verkauft, das zeige ich hier natürlich nicht. Aber E-Eth ist wirklich ein ganz normaler Token, den kann man auch ganz normal verkaufen über die ganzen Börsen, Uniswap und so weiter. Und jetzt kommt die dritte Variante und das ist wirklich die krasseste und riskanteste Variante. Aber diese Variante ist auch die effizienteste. Und wenn man es sich mal genau überlegt, eigentlich auch die beste Variante, weil man ja das ganze Risiko sowieso hat. Und hier kann man also viel weniger Staken und bekommt dabei viel mehr raus. Auf der anderen Seite ist alles, was man hier reintut, wirklich sehr sicher erstmal weg. Aber wenn man überlegt, dass man bei den beiden anderen Varianten, sagen wir mal einen Ether-Stake und möglicherweise den ganzen Ether verliert, dann kann man auch überlegen, vielleicht 0,1 Ether zu bezahlen, um dieselben Rewards zu bekommen. Dann sind die 0,1 Ether weg. Im ersten Fall bekommt man vielleicht mit etwas Glück einen ganzen Ether zurück. In dem anderen Fall verliert man auf jeden Fall ein Zehntel davon, hat aber dasselbe Ergebnis ist, womöglich dann an allen Airdrops von allen Projekten auf Eigenlayer in irgendeiner Form beteiligt ist. Also zehnmal effizienter als die ersten beiden Varianten. Und diese Variante basiert auf Pendel Finance. Und hier könnt ihr euch die gesamten Staking-Rewards für E-Eth für die nächsten 160 Tage einfach jetzt schon kaufen. Und wie das hier funktioniert, darüber mache ich nochmal ein eigenes Video. Also Pendel ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Projekt, das mich auch schon ganz, ganz lange fasziniert. Und dazu will ich auf jeden Fall auch mal ein Tutorial machen. Aber das ist wirklich kompliziert. Und die meisten Tutorials dazu, die ich gesehen habe, die kriegen das irgendwie nicht richtig rübergebracht, wie das wirklich im Hintergrund läuft. Und ich traue mir jetzt inzwischen tatsächlich zu, das auch zu erklären. Aber das geht hier jetzt nicht aus Zeitgründen. Also ich lasse das einfach mal weg. Ich versuche das jetzt total zu vereinfachen. Ganz einfach gesagt, geht ihr hier auf Pendel und schaltet erstmal in den Trader-Modus, damit ihr hier den richtigen Token kaufen könnt. Wenn ihr noch im Earn-Modus seid, dann könnt ihr das einfach nicht. Also erstmal umschalten. Und dann sucht ihr hier oben unter Market den E-Eth Pool raus. Und hier seht ihr zunächst mal zwei APYs, die Underlying APY und die Implied APY. Und lasst euch dadurch einfach nicht verwirren. Vergesst das einfach. Und auch das, was hier steht mit den minus 99 Prozent, das verwirrt einfach nur. Ihr wählt jetzt hier den YT-Token aus, nicht den PT, ist ganz wichtig, also den YT-Token, weil der befasst sich mit der Rendite, die der E-Eth bringen wird. Und jetzt kann man hier die zukünftige Rendite kaufen, die der E-Eth bringen wird. Und zwar für die nächsten 150 Tage ungefähr. Und wenn ihr das macht, dann kann es sein, dass die Anzahl der Tage kleiner ist als bei mir, weil die Fälligkeit ja ein festes Datum ist. Und je später ihr einsteckt, desto kleiner wird die Anzahl der Tage. So, und jetzt sieht man hier, dass ein YT-Token ziemlich genau aktuell 230 US-Dollar kostet. Und dieser eine Token, der repräsentiert aber die gesamte Rendite eines ganzen Ether, den ihr stakt. Also um dasselbe Ergebnis zu bekommen, müsste man bei EtherFi einen ganzen Ether staken, also aktuell um die 2300 Dollar. Und wenn ihr diesen Token kauft hier, dann bekommt ihr zunächst einmal aktuell die 3% Rendite auf einen Ether. Und das ist jetzt das Tolle daran, die gesamten Eigenlehrpunkte und die gesamten EtherFi-Airdrop-Punkte, so als hättet ihr einen ganzen Ether gestakt. Und das für nur 230 Dollar Einlage. Das ist also tatsächlich ein guter Deal, wenn man annimmt, dass die Airdrops einmal mehr Wert generieren als die 230 Dollar, die ihr hier ausgegeben habt. Und leider gibt es hier auch einen Nachteil. Eure Einlage ist sehr, sehr wahrscheinlich zu einem großen Teil weg. Es ist also wirklich sowas wie ein Kauf und nicht jetzt eine Einlage, die sich irgendwie verzinst und die man dann später zurückbekommt. Was man aber auf jeden Fall bekommt, das sind die Airdrop-Punkte. Und die sind ja aktuell erstmal nichts wert. Und die Staking-Rendite von derzeit 3%. Und die kann man auch claimen hier im Dashboard. Also aktuell nur die 3%. Man kann bei EtherFi mal nachsehen, wie die eigenen Airdrop-Punkte dann so steigen. Nur ist leider die Rendite aus den 3% für die 150 Tage sehr viel weniger als 230 Dollar, die man bezahlt hat in dem Preis für den Token, sind die ganzen Airdrops also schon eingepreist. Zumindest das, was der Markt meint, wie wertvoll die Airdrops sein werden. Das Risiko besteht also darin, dass man hier erstmal zu viel bezahlt. Und da gilt dann tatsächlich der alte Spruch von Warren Buffett, Preis ist das, was man bezahlt und Wert ist das, was man bekommt. Kann also sein, dass der Preis größer ist als der Wert, den man bekommt. Wichtig ist auch, dass die YT-Tokens über die Zeit an Wert verlieren. Ist ja logisch, weil die Tage, für die man Rendite bekommt, die werden ja immer weniger. Und dafür sammelt ihr aber Wert über die Zeit auch an, indem ihr die ganzen Airdrop-Punkte bekommt und zusätzlich eben auch die Staking-Rendite. Die Rendite müsst ihr hier aber claimen, ganz wichtig, nicht vergessen, da ab und zu mal dann reinzuschauen und je nach Gasgebühr dann eben auch zu claimen. Und die Airdrop-Punkte selber, die sammeln sich auch irgendwo an. Also bei Pendel ist das schon 100% offiziell, dass das so laufen wird. Also der Token, der verliert an Wert, aber die Rendite, die gehört euch über die Laufzeit, die ihr hier drin seid. Auf jeden Fall würde ich aber empfehlen, die Einlage hier mit ETH zu machen und nicht mit USDC. Wenn ihr also erstmal zu Etherfy geht und euch da die ETH besorgt, dann verwendet tatsächlich am besten erstmal meinen Referral-Link, weil da bekommt ihr 100 Airdrop-Punkte für jede 0,1 Ether, die ihr da einlegt, geschenkt. Und das sollte man tatsächlich auf jeden Fall mitnehmen, weil es ja einfach umsonst ist. Und dann kann man hier bei Pendel die YT-Tokens auch mit EIs bezahlen statt mit USDC. Das ist bei Pendel eigentlich völlig wurscht. So und das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Zu Pendel mache ich in Zukunft noch ein schönes Tutorial und über die Eigenlayer-Sachen, da mache ich sicher auch wieder was, wenn es irgendwas Neues gibt oder man einfach mal nachschauen kann, wie jetzt die Rendite sich verändert hat. Und jetzt erstmal von meiner Seite. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. 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 sp centre. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020